Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Fallout 4 Nuka World. Wir haben gerade Oswald hier vertrieben, beziehungsweise haben wir ihn dazu gebracht zu seiner Frau zu gehen, um ihr zu helfen ein Heilmittel gegen die Ghoulkrankheit zu finden. Obwohl ich ihm öfter gesagt habe, es gibt keins, hat er trotzdem nicht aufgegeben. Ja, und ist jetzt leider mit seinem Smoking und seiner Gatling abgehauen. Finde ich echt schade. Er hat mir sein Schwert gegeben und seinen Hut, aber sonst leider nichts. Finde ich ein bisschen nervig, aber okay. Es war das Richtige. So, und jetzt sind wir hier, in diesem sehr verstrahlten Turm. Ich finde es komisch, dass diese Tür hier zugekettet ist. Die Tür ist von der anderen Seite festgelegt. Genau, aber von der anderen Seite. What? Eigentlich sollte man meinen, dass ich die jetzt von hier drin öffnen könnte. Ist aber nicht so. Systemzugang. Sprenkleranlage ist aus. Sehr gut. Benutzeraufzeichnungen von Oswald. Oswald Oppenheimer ist angemeldet. Endlich ist alles stabil. Vor ungefähr 50 Jahren sind die Bomben gefallen. Es sind mir immer wieder große Gruppen gekommen und gegangen. Äh, oder so. Normalerweise konnten wir sie vertreiben oder mit den Strahlungssprenglern loswerden. Anscheinend haben die meisten Angreifer Angst vor der Clownsschminke. Schon traurig, dass sich früher so viele Leute zum Lachen gebracht haben. Alles in allem läuft es gut. Wir haben reichlich Lebensmittel, Wasser und teilweise sogar Energie, wenn wir sie brauchen. Was wohl wesentlich mehr ist, als die meisten anderen zur Verfügung steht. Selbst die Munition durch die Strahlungsstürme, äh, die Mutation durch die Strahlungsstürme ist gar nicht mehr so schlimm. Nachdem wir gelernt haben, damit klar zu kommen. Ich bin froh, dass Rachel noch lebt. Ich glaube, sie ist das Einzige, was mich noch bei Verstand hält. Ich kann nicht schlafen. Heute mussten wir uns wieder von jemandem verabschieden. Das macht mehr als zehn allein im vergangenen Jahr. Ich versuche, alles zu organisieren und für einigermaßen gute Stimmung zu sorgen, nachdem Kent, Mitchell und Herman fort sind. Aber an manchen Tagen will ich nicht mal mehr aufstehen. Manche haben sogar schon davon geredet, die Geplagten von ihrem Leid zu erlösen. Aber dem haben wir schnell ein Ende gesetzt. Wir sind jetzt schon sehr, sehr lange hier. Und das sind nicht nur die Leute, mit denen ich den Krieg überlebt habe. Das ist unsere neue Familie. Wir müssen eine Möglichkeit finden, ihnen zu helfen. War das echte Magie? Heute gab es einen großen Angriff und Dean wurde von einer verirrten Kugel getroffen. Bei dem Gedanken, schon wieder jemanden zu verlieren, bin ich ausgeflippt. Und plötzlich war es so, als würde buchstäblich Energie aus meinem Körper strömen. Dann schnellte Dean einfach hoch und schnappte nach Luft. Ich habe ihn geheilt, aber ich habe keine Ahnung wie. Nach dem Angriff kam mir der Gedanke, war das eine Art von Mutation oder echte Magie? Wer kann das unter dem Umständen schon sagen? Selbst wenn es eine wissenschaftliche Erklärung gäbe, würde es dadurch wirklich weniger magisch. Ganz gleich, wie ich es nennen will. Vielleicht kann ich meine Kräfte ja nutzen, um die Geplagten zu heilen. Neue Nachbarn. Irgendeine große Bande hat unsere Gruppe in Nuka Town angegriffen. Er ausgeschaltet, diese Gruppe. Sie wirken ziemlich aggressiv, also haben wir beschlossen, sie jetzt einmal in Ruhe zu lassen. Zu schade, da wir kurz davor waren, mit den dortigen Händlern in Kontakt zu treten. Aber jetzt sieht es so aus, als hätten wir unsere Chance verpasst. Rachel spricht davon, dass man sich von der Gruppe trennen könnte, um irgendwo anders ein Heilmittel zu finden. Aber wenn wir beide gehen, glaube ich, dass es ohne einen Anführer hier bald den Bach runtergehen würde. Rachel ist jetzt vor mehr als einem Jahr weggegangen und ich habe noch nichts von ihr gehört. Zu Hause ist niemand, niemand außer mir und den Geplagten und dieser Raiderbande nebenan. Zuerst hatte ich mir gewünscht, Rachel wäre hier geblieben, aber ich kam immer wieder zu dem Schluss, dass sie das Richtige getan hat. Wie sehr es auch schmerzt. Sie muss es zu unserer aller Wohl tun. Das einzige Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie lange ich die Burg noch alleine halten kann, die Mauern zerbröckeln und irgendwann werden sie vielleicht nachgeben. Du fehlst mir, Rachel. Na guck, dann war das doch wirklich das Richtige, dass er jetzt Rachel hinterher eilt. Ist doch wunderbar. So, ich frage mich echt, ob die hier versehentlich die Kette auf der falschen Seite der Tür eingebaut haben. Ah, jetzt kann ich die aufmachen. Okay. So, ich schaue mich jetzt hier mal ein bisschen um. Okay, dann verteilen wir, vergeben wir mal das Kitty Kingdom und zwar ans Rudel. Ich gebe alles dem Rudel. Weil es mich interessieren würde, was die Banden dazu sagen. Ob die da drauf eingehen. Wäre ja irgendwie voll cool, wenn ich da wirklich für Rivalität unter den Banden sorgen könnte. Aber ich glaube es nicht wirklich. Aber es würde mir gefallen. Ach ja. Mir passt das alles überhaupt nicht. Ich mache zwar die Story jetzt fertig und mache mit den Raidern gemeinsame Sache. Aber ehrlich gesagt finde ich das alles ziemlich scheiße. Ich würde die ehrlich gesagt am liebsten einfach jetzt alle umbringen und fertig. Die gehen mir nämlich tierisch auf die Nerven. Die bringen Leute einfach um. Die überfallen hier. Die haben Nuka World hier überfallen. Warum? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass Nuka World so ein Raiderlager ist. Ich will... Ich wäre gern ein Monat früher nach Nuka World gekommen. Oder ich weiß nicht, wie lange das schon hier so geht. Und hätte dann zusammen mit den Händlern die Raider abgewehrt. Das wäre mir eine liebere Story gewesen. Oder vielleicht... Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall will ich nicht mit Raidern zusammenarbeiten. The fuck. The fuck, Bethesda. The fuck. Das ist meine Meinung dazu. Wie die überhaupt auf die Idee kommen. Das ist doch total bescheuert. Wer will denn bitte hier mit den Raidern gemeinsame Sachen machen? Ich finde das total bescheuert. Das passt überhaupt nicht. Also das passt vor allem auch wirklich nicht zu dem Charakter, den man die ganze Zeit bis jetzt gespielt hat. Das ist noch irgendwie doofer macht. Aha. Was haben wir denn hier? Ein spooky Affe. Ich finde das ein bisschen nervig, weil wenn ich die Waffe... Wenn ich jetzt auf Schießen drücke, zieht er die Waffe und ich bleibe drauf auf dem Schussknopf, aber er schießt nicht. Ich muss dann loslassen und nochmal drücken, damit er anfängt zu schießen. Das ist schon oft mir zum Verhängnis geworden. Also Verhängnis ist übertrieben, aber es ist sehr nervig. Ach, setz dich doch jetzt nicht hier auf den Stuhl. Das wollte ich doch überhaupt nicht. Niemand will, dass du dich hier auf den Stuhl setzt. Ähm. Und was wollte ich sagen? Genau, finde ich doof. Die Waffe sollte schießen, wenn ich drauf bleibe, nachdem ich sie gezogen habe. Meiner Meinung nach. Ich habe gerade Red Kakerlaken gehört. Die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Overkill. Ja, ich glaube, sie ist tot. Du kannst auf die andere schießen. Das war mir ein Fest. Naja. Auf jeden Fall eben. Obwohl mich das alles ziemlich nervt, mache ich jetzt die Story hier weiter, weil es mich einfach interessieren würde, wie das hier noch weitergeht und wohin das führt und was überhaupt so los ist und sowas. Aber eigentlich bin ich dagegen. Na nun, was ist denn das hier? Turm von King Colas Castle. Ist das eine Location? Die wird mir nicht wirklich angezeigt. Ich mache da mal auf. Ich gehe da mal rein. Gehen wir mal rein. Keine Ahnung. Bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt, was hier los ist. Ah, hat der nicht hier in diesem Turm gewohnt? Stimmt, die haben doch alle im Schloss gewohnt, aber er ist doch dann irgendwie ausgezogen, weil die gestritten haben und ist dann in diesen Turm ausgewandert. Zumindest eine Zeit lang. Ach nee, warte mal. Das ist Rachels Terminal. Ist die dann ausgewandert? Ich weiß es nicht. Plotz, Cards, Holes, Holes. Benutzer Rachel Watkins. Ich schätze mal stark, dass es Rachel ist. Benutzer Aufzeichnungen. Ich habe die Rolle. Das ist wahrscheinlich noch Vorkrieg, oder? Ich habe die Prinzessin Cherry Rolle. Papa geht davon aus, dass ich ein Praktikum bei der Getränke... äh, Spezial... äh, bei den Getränkespezialisten mache. Zumindest habe ich einen Job in Nuka World. Daher habe ich mir mit der Bewerbung Zeit... Daher kann ich mir mit der Bewerbung Zeit lassen und erstmal ein paar Leute kennenlernen. Ich liebe die Schauspielerei. Trotzdem will ich meine ziemlich teuren Abschlüsse in organischer Chemie auch für irgendetwas nutzen. Mein Freund Oswald und die anderen haben eine Party für mich organisiert und sich hier im Turm total abgeschossen. Äh, abgeschossen. Ah ja, klar. Wir waren betrunken und kamen auf die lächerliche Idee, den Park zu übernehmen. Wenn es mit dem Kriegen mal richtig schlimm werden würde. Also Atombomben schlimm. Wir fanden den Plan richtig gut. Aber dann gab es erstmal die nächste Runde Schnaps. auf 2077 das hoffentlich ein strahlendes Jahr wird. Haha, strahlend. Äh, wir haben ja auch... Ich habe ja mit meinen Freunden auch Pläne, wenn es zur Zombie-Apokalypse kommt. Wir haben hier so eine gut renovierte, gut erhaltene Burg in der Stadt auf einem hohen Berg und sowas mit intakten Mauern und Toren und alles. Da würden wir uns sofort rein verschanzen. Die kann man, glaube ich, ziemlich gut verteidigen. Wobei ein Freund von mir will immer eher dieses Wasserkraftwerk übernehmen, weil er auf die Idee kommt, man könnte das irgendwie betreiben und Strom erzeugen. Aber ich weiß nicht, wie wir ohne Wissen über solche Sachen und zu wenig wahrscheinlich dieses Kraftwerk betreiben sollten. Und es ist auch nicht so gut zu sichern. Ich finde, das ist Quatsch. Wir nehmen diese Burg und fertig. Man kann aber dann die Handelswege zu Wasser nutzen, wenn wir beides übernehmen. Total super. Haben wir schon alles ziemlich gut ausgetüftelt. Ich lese mal weiter und halte die Klappe. Wir haben unsere Verteidigungsanlagen errichtet. Und langsam sieht alles ein bisschen besser aus. Dank meiner Erfahrung bin ich so etwas wie eine inoffizielle Ärztin unseres zerlumpten kleinen Haufens geworden. Oswald ist eine große Stütze und hat diese Krise wie ein wahrer Anführer bewältigt. Ich bin so stolz auf ihn. Okay, sie hat quasi irgendeine chemische Ausbildung und ist dadurch so eine Art Miniärztin, inoffizielle Ärztin geworden. Und Oswald hat das Kommando übernommen. Ich finde es ja eigentlich ganz schön, oder, dass die schon vor dem Krieg zusammen waren und dann die 200 Jahre hier zusammen durchgehalten haben und immer noch sich lieben. So sehr, dass Oswald jetzt das ja alles hier aufgibt, um bei ihr zu sein. Was auch immer dieser furchtbare Strahlungssturm mit uns angerichtet hat. Die Auswirkungen sind schlimm und manche sterben sogar daran. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um allen zu helfen, um allen zu helfen. Aber ich bin eine organische Chemikerin, keine Chirurgin. Ich kann es nicht übers Herz bringen, den Leuten das zu sagen, während sie in meinen Armen sterben. Also behalte ich es für mich und versuche ihnen Hoffnung zu geben. Die Plage. Meine gute Freundin Fran ist der Plage vor ein paar Tagen erlegen und ich bin am Boden zerstört. Dean und Oswald haben sie in einem Haus vernagelt, bevor sie jemanden angreifen konnte, was ich wohl nicht ertragen hätte. Oswald ist die Nacht über hier geblieben und hat mich einfach in den Arm gehalten, während ich geweint habe. Ich wollte mich bei ihm für meinen Zusammenbruch entschuldigen, obwohl ich doch stark sein musste. Aber ich kannte Fran seit der Grundschule und konnte einfach nicht mehr. Ich hasse diesen Ort. Echte Magie? Diese Woche wurde mir bei einem Großangriff bis zum Burgtor getrieben. Gerade als wir uns ins Theater zurückziehen wollten, krochen einige Geplagte aus ihren Häusern und halfen uns. Ich blieb wie angewurzelt stehen, als ich sah, wie Dean während des Rückzugs der Angreifer von einer verirrten Kugel getroffen wurde und scheinbar tot war. Aber Oswald hat irgendwas gemacht. Aus seinem Körper kam ein Leuchten, das sich wie eine Welle ausbreitete. Plötzlich begann Dean wieder zu atmen. Nach dem Angriff sahen wir alle Oswald an, der etwas davon stammelte, echte Magie benutzt zu haben. Die meisten von uns wussten nicht, was sie davon halten sollten. Und ich? Mir ist es verdammt egal, wie man das nennt, aber vielleicht können wir damit die Plage heilen. Auf jeden Fall gab es von mir einen dicken Kuss dafür, dass er Dean gerettet hatte. Auf der Suche nach dem Heilmittel. Wir haben alles nur Erdenkliche versucht, jede Option ausgeschöpft. Nicht einmal Oswalds Kräfte können die Plage aufhalten. Es ist nur noch eine Handvoll von uns übrig und uns läuft die Zeit davon. Ich weiß nicht, was uns zuerst erledigen wird. Die Raider, die sich in Nuka Town eingenistet haben, oder die Plage? Das war's. Ich hab alles mit Oswald besprochen. Er wird im Kitty Kingdom bleiben, um für die Sicherheit zu sorgen, während ich mich auf die Suche nach einem Heilmittel mache. Es war schrecklich, alle zurückzulassen. Besonders Oswald. Aber es gibt wirklich keine andere Option. Ich werde in den Ort Bradburton in der Nähe des Parks gehen und dort anfangen ein hohes Risiko. Und dort anfangen. Ein hohes Risiko, das sich hoffentlich auszahlen wird. Oh, ich würde jetzt auch gerne nach Bradburton und Cedar finden und Oswald und so weiter. Ich finde die Geschichte von denen viel interessanter als alles, was hier so passiert. Besetzung von King Cola's Court. Ach so. Besetzung im Sinne von Ich verstehe schon. Andere Besetzungen, das sind quasi die Schauspieler. Safe-Steuerung. Safe öffnen. Warum auch nicht. Ups. Weg hier. Immer dieses automatische Speichern, wenn ich aus dem Menü gehe. Das nervt zwar ein bisschen, aber gleichzeitig will ich es auch nicht irgendwie ausmachen, weil es ist schon nützlich ab und zu. Es stand da gerade, dass der Safe leer ist und habe ich den nicht gerade geöffnet. der Safe ist auf jeden Fall wirklich leer. Naja. Was soll's. Kitty King, den Tunnelschlüssel, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, machst du dir hier nur gemütlich, während ich hier die ganze Arbeit mache. Nutzloses Begleiterpack. So. Cool. Wecker. Na gut. Na schön. Dann sind wir hier jetzt auch erst mal fertig. Es gäbe hier bestimmt noch ein bisschen was zu entdecken, aber ich würde jetzt auch gern irgendwie noch in die anderen Bereiche, um die zu erobern, damit wir den Strom wiederherstellen können. Und dann kann man ja noch mal alles ordentlich durchsuchen. Aber mich würde echt interessieren, inwieweit das dann auch anders aussieht. Ist es dann vielleicht anders beleuchtet? Oder es sind irgendwo Leuchtreklame? Oder läuft Musik? Oder nicht? Man weiß es nicht. Das war ein Rundgang. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Alles klar. Besen und Basketball nehmen wir natürlich noch mit. Und jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen jetzt theoretisch in nördliche Richtung. Ach so, müssen wir eigentlich die Nuka-Apfelanlage erobern? Ich gehe mal schnell auf die Daten und aktiviere die Aufgabe, die große Tour. Die Apfelanlage und die Safari-Adventure-Zone müssen beide noch gesichert werden. Na gut, dann gehen wir jetzt hier in die Apfelanlage hoch, nördlich, und dann die Safari-Adventure-Zone ist dann das letzte. Joa. Dann geht's weiter. Und dann schauen wir uns noch außerhalb so ein bisschen um. Da oben ist auch noch so ein größeres Gebiet hier. Ist das vielleicht die Stadt, von der die geredet hat in der Nähe? Das wäre sehr klein, aber man weiß es nicht. Also ich fände es schon super, wenn man die noch mal treffen würde, wenn die Quest noch mal weitergehen würde oder sowas. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, aber man weiß es nicht. Okay, aber erstmal müssen wir hier einen Weg rausfinden, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen hier nicht so ohne weiteres nach Norden. Deswegen gehe ich erstmal ein bisschen nach Süden. Vielleicht können wir so irgendwie rumgehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier zumindest von der Mauer hüpfen können oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ah, ich stecke fest. Schon wieder? Ich stecke schon wieder fest. Wie auf diesem Schrottplatz der Habologen. Naja, da müssen wir wohl ein bisschen schnell reisen irgendwie. Ich teleportiere mich hier zum Riesenrad. Das kommt mir so vor, als wäre das beim Eingang irgendwo, weil dann können wir das Kitty Kangnam verlassen und außen entlang laufen. Da ist es ein bisschen übersichtlicher. Ach, diese verdammten Raider. Ich wäre wirklich, also wirklich, ich wäre echt lieber in Nuka World in seinem ursprünglichen Zustand, dass hier eben so Gule leben, in Nuka Town die Händler und was in den anderen Zonen los ist, weiß ich noch nicht. In der Safari Zone von mir aus Roboter, die Amok laufen. Na gut, aber die wären nie Amok gelaufen, wären die Raider nicht gekommen. Im Grunde wären da auch wahrscheinlich Händler oder so. Hilfe, hier war doch irgendwo ein Ausgang auf der Karte angezeichnet, dachte ich, aber ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Wir müssten theoretisch irgendwie da rechts rauskommen. Vielleicht da oben irgendwo. Ha, ich bin mir nicht sicher. Ne, hier ist nur Riesenrad. Hier ist nur Riesenrad. Ah, da ist der Ausgang. Gott sei Dank. Nix wie raus hier. Schon allein die Musik. Oh Gott, what the fuck? Warum bewegt sich das Auto so? Wahrscheinlich, weil da ein heldenhafter, legendärer Höllengrillenstecher ist. Und jetzt nicht mehr, aber da war noch ein anderer. Oh, da sind noch zwei. Können wir den bitte mal töten? Ich habe kaum noch Lebensenergie. so Gott sei Dank. Die sind so furchtbar schwer zu treffen, finde ich. Gut, ich meine, jetzt am Schluss ist die zum Glück irgendwie auf mich losgekrochen nur noch. Aber die sind schon echt irgendwie hart, finde ich. So, was sehen wir denn da vor uns? Ah, ich glaube, wir gehen jetzt hier auf die Safari-Zone zu. Glaube ich. So. Dann ist das hier die Produktionsanlage. Wo ist denn eigentlich die World of Refreshment? Ich dachte, die ist irgendwie ein eigener Teil, aber das stimmt vielleicht gar nicht. Aber vielleicht ist die hier in der Abfüllanlage mit dabei. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ordnung. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen was zu entdecken hier. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt hier die Folge mal beenden müssen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Bitte liken und abonnieren. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt für Landsquid Bird Rider gerne auch auf Facebook oder Twitter folgen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Dann wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020